Der neue 500 Vario ist auf Europatournee. 21 Länder und über 100 Termine stehen in den nächsten Wochen auf dem Plan. Wir touren mit dem 500er durch Europa, um diese Bauserie einfach noch bekannter zu machen, das neue Design darzustellen und damit einhergehend natürlich auch das neue Fendt-Logo ein bisschen bekannter zu machen. Einer der Tourstops war im kleinen Ort Schnewerdingen in der Lüneburger Heide bei Agrabis Technik. Er ist ja jetzt recht frisch. Er ist noch nicht wirklich draußen. Wir haben ihn jetzt gerade präsentiert bekommen und sind eigentlich total begeistert. Er ist für mich, wenn es eine Frau wäre, hätte ich gesagt, es ist eine Schönheit. Also Design und Technik hat Fendt da wirklich in meinen Augen einen Glücksgriff getroffen. Und ich bin auch der Meinung, dass er sehr gut in unsere Region reinpasst. Er ist als Vierzylinder auch vom Leistungsbereich her von den 125 bis 165 PS absolut top. Auch gerade in diesem Bereich haben wir sehr viele Kunden, die diesen Schlepper auch als Frontlader-Schlepper nutzen werden. Der Name Fendt 500 hat ja einen legendären Klang bei unseren Kunden und auch bei unseren Vertriebspartnern. Von daher sind die Erwartungen sehr hoch. Aber die Maschine kommt sehr gut an draußen. Wir zeigen den 500er morgens immer exklusiv unseren Vertriebspartnern, unseren Multiplikatoren draußen. Und nachmittags laden wir dann unsere Kunden ein, die sich den 500er dann ansehen können. Die Kunden scheinen schon darauf gewartet zu haben, dass der neue 500er zu ihnen kommt. Entsprechend groß ist das Interesse. Und die erste Begutachtung fällt nicht nur bei langjährigen Fendt-Fans positiv aus, auch potenzielle Neukunden sind begeistert. Also erstmal optisch, wie sie sagen, sehr ansprechend. Also ich meine, das ist aber Fendt allgemein so, aber der optisch einwandfrei. Ich bin neugierig auf den 500er, weil wir einen Schlepper tauschen wollen. Das ist von außen gesehen ein schöner, kompakter Trecker. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden damit. Ich fahre auch gerne Fendt. Wir sind noch ein potenzieller Neukunde. Mir ist eben ins Auge gestochen, das ist eine Kleinigkeit, aber die Fernbedienung hier für die Fronthydraulik, finde ich gut. Weil es ist eine Sache so, manchmal denkt man, wenn man was anbaut, das fehlt einem zu Hause. Also wir werden uns so einen Schlepper sicherlich in Zukunft kaufen. Die starke Leistungsfähigkeit, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der hohe Fahrkomfort sprechen die Kunden offensichtlich an. Ja, es ist erstmal die Kabine, die die Kunden natürlich begeistert. Und dann sind es auch viele technische Features. Ich sag mal, zum Beispiel bringen wir in dieser PS-Klasse ja mit dem 500er dann erstmals auch die Möglichkeit, VarioGuide-Spurführung einzusetzen. Und da werden wir auf jeden Fall in vielen Betrieben auch mit landen können. Bis Anfang 2013 ist der 500er noch auf Tour und wird sich weiterhin fast täglich Kunden in ganz Europa vorstellen.